Ich bin schon wieder Traitor? Pssst, das darf man auch nicht laut sagen. Das darf man auch nicht laut sagen. Taddle ist der Detektiv. Ich bleibe bei Professor Doktor Taddle. Kommt alle mit, Freunde! Taddle ist doch Traitor, oder? Nein, Taddle ist Detektiv. Was war das für ein Geräusch? Warum müsst ihr eigentlich überall diese Explosionsfässer stehen? Ja, warte mal. Wartet noch. Wie er sich hinstellt. Was macht der denn da? Komm. Ganz ehrlich, wenn er noch hingeht. Ich glaube, Taddle ist Traitor. Dann töte mich von mir aus. Aber wenn er sich noch so hinstellt, wenn wir sagen, dass niemand hingehen soll. Wer ist tot? Taddle ist tot. Taddle ist tot. Habt ihr ihn schon überprüft überhaupt? Habt ihr ihn schon überprüft? Inwiefern er überprüft? Wir wollten die Explosionsfässer wegmachen. Haben allen gesagt, sie sollen weggehen. Aber erst gegen die Fässer. Wer hat geballert? Ach so. Boah, war der Explosionsfass. Mandado hat gerade auf den Menschen im Explosionsfass geschossen. Warte, ich stehe auf den Explosionsfass. Warte, ich stehe auf den Explosionsfass. Ja, verdächtig. Wer war da drin? Ich hab halt gar keiner drin. Die Leiche von Superzocky ist aber nicht mehr da. Ich hab jetzt jetzt glaube ich noch keine Unschuldigung. Was? Leichen, Leichen bist du hier? Es ist Delay. Wo ist die Leiche von Zocky? Ja, da unten. Nein, die ist im Wasser. Wir leben jetzt noch alle oder was? Wir leben jetzt noch alle oder was? Es ist Delay. Warum? Weil du die ganze Zeit woanders warst. Und gerade kamst du von hinten angekrochen. Und warum? Mit deiner Schrot. Was soll ich machen? Weil Zombie getötet hat. Ja, genau. Ja, Zombie hat ihn noch getötet. Was soll ich machen? Leute, so hat das keinen Sinn. Das ist voll der schmale Grat, ey. Ja, los Traitor. Raste aus und töte alles. Ich will auf dich draus springen, los. Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Delay schießt auf mich. Mit seiner Diegel. Ich hab ne Axt. Oh nein. Ich schlage mit meiner Axt tot. Komm her. Ich folge euch. Ich beobachte dich. Au. Dario hat geballert. Nein, Manu. Oder Zombie. Ich hab ne Axt. Ich habe nicht geschossen. Ich hab grad ne Axt in der Hand. Ich kann doch gar nicht schießen. Ich habe nicht geschossen. Tadl hat geschossen. Tadl hat geschossen. Tadl. Tadl bist du Traitor. Tadl ist Traitor. Tadl ist Traitor. Töte Tadl. Leute, ich trau euch allen nicht. Ich hab Wurf-Axte. Pass bloß auf, Manu. Also bis jetzt ist Zombie am verdächtigsten, weil er halt Superzocker direkt getötet hat. Ich hab Wurf-Axte. Junge. Wie. Heiler. Ich kann ja auch nicht weitermachen ohne Axt. Wie in Dead Rising mit der Wurf-Axte. Wo ist Tadl und Maudado? Wie hießen die nochmal? Oh ja. Boomer-Ax. 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 Wo sind Tadl und Maudado? Keine Ahnung. Wo sollen wir schon sein? Wer war hier grade? Maudado? Maudado? Hä, wer ist das? Ach Tadl. Der Einzige, der wechselt sind Maudado und Tadl. Maudado ist grad leise. Ich bin innocent. Maudado, lebst du noch? Tadl. Ich bin innocent. Tadl will die ganze Zeit mich töten. Er muss ja nicht antworten. Du warst mir von Anfang an verdächtig. Und jetzt ist er auf einmal verschwunden und Maudado ist tot. Wo seid ihr denn hier? Achso. Der Dina hat ja auch einmal auf mich geschossen hinterm Haus so gesehen. Ich habe nicht auf dich getroffen. Na klar, du standst neben mir. Das hör ich ja noch. Ja, ich hab wieder rumgeschossen. Aber ich hab nicht auf dich geschossen. Hey, das ist auffällig. Irgendeiner hat mich mit dem Kuh untergebrocken. Ja, ich. Ich hab dich grade mit dem Dingens-Teil da weggekickt. Das ist grade irgendwie Druckerfall. Hast du überlebt oder bist du gestorben? Okay, du lebst noch. Ich merk schon. Leute. Hier ist grad irgendwas runtergefallen. Ich hab richtig Angst. Hä? Dario? Der Stuhl ist runtergefallen. Alter, kann sein, dass ich nur noch um die Traitor leben oder so? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was denn? Was denn? Ja, ich bin fast tot. Sagen wir mal so. Ja, durch wen? Ja, keine Ahnung. 34 Schaden bekommen. Wer hängt denn da oben? Minzi ist es auf jeden Fall. Und du wahrscheinlich auch, weil ihr alleine seid. Ja. Ja. Ey. Ich hab auch gemeint, man soll da runter... Kalle. Da werd ich richtig schöne Zeitlupen-Scheiße draus machen. Sieht bestimmt witzig aus. Ich hab dich mit diesem Newton-Launcher weggekickt. Vor allem hab ich's auch noch überlebt. Bis ich dann im Wasserland zerfressen wurde. Sag ich auch noch, irgendeiner hat mich runtergeschraubt. Das ist für mich tot. Gut. War. Schon ganz schön gemein. Ja. Ich auch. Hallo. Ich auch. Ich auch. Das sind so alle die Dictives hier. Ich auch. Hallo Minzi mit seiner Snider. Hallo Badu. Oh, ihr mit euren Fässern, Alter. Ich erschieße dich jetzt, okay? Nein. Okay. Hallo. Oh nein. Was macht ihr? Die Sprengfleisch hat kaputt. Ah. Du hast den Sprengfleisch kaputt gemacht. Irgendwer ist da gerade rumgeklatscht. Ich hab die Wurfachse. Ist der gestorben? Hä? Hallo. Hier ist gerade einer runtergefallen. Also ich... 2,6. Tierliche Leiche. Ja, hier ist einer runtergefallen. Hier ist einer runtergefallen. Hier ist einer runtergefallen. Das sah voll lustig aus. War eh nur. Ich hab Minzi gefunden. Hier ist einer runtergefallen. Das würde ich dann auch sagen Manuel. Genau. Wer ist denn hier unten bei mir im Wasser? Ich? Wer ist das? Ich hab grad die Leiche versorgt da unten. Also wer ist jetzt Traitor? Wer ist das? Mordado. Okay, Mordado hat sie mit der Aussage sehr verdächtig gemacht. Ja Leute, wer ist denn jetzt Traitor? Ich denke Mordado. Ich würde es als Traitor sagen. Irgendwie warum ruhig zu weg? Warum verfolgst du mich? Weil ich nicht alleine da oben leise will. Und woher weißt du dich, dass du safe bist? Du kannst genauso der Traitor sein. Aber eben war doch... Wo ist Superzocki? Der war hier gerade auch noch. Superzocki ist auch noch da, ja. Ja Superzocki. Ich bin bei Mordado und Manu. Ich bin mit Simmel alleine. Ne, ne. Ich bin ganz alleine. Ich will nicht, dass der Manu mal in der Nähe ist. Du schießt mich immer tot. Mach ich gar nicht. Ja. Kommt der Dealer aus dem Wasser gekraut? Ja. Ganz schön aufhängig. Ganz schön aufhängig. Ganz schön aufhängig dann. Ganz schöner Wasserkriecher. Ich hab ein Fass angeballert. Ich hab grad alles verpasst. Ist schon irgendwer tot? Ja. Minzi ist in den Tod gesprungen. Minzi ist irgendwie runter gesprungen. Achso. Irgendwie runter gesprungen. Hm. Ja. Es war selbst. Genau das hab ich auch gesagt. Ja keine Ahnung was der da gemacht hat, der Affe. So, aber dann springen die Leute dann einfach nur runter. Yeah. Habt ihr einen Abschiedsbrief gefunden? Hm. Hm. Habt ihr? Ich hab nur Manu zitiert, okay? Ja. Das würde ich sagen. Dann bin ich wohl der Traitor, ne? Ja. Das ist nämlich auch. Der Traitor vor allem. Manu und irgendjemand anderes sind Traitor. Wo ist dein Zorn? Wenn ich mal ganz... Ich hab 27. Ich hab 27 HP und hüpfe durch die Map. Dann hat er versucht den Verdacht auf mich zu lenken und dann hab ich aufgehört ihm hinterherzulaufen. Alter. Ha. Freunde. Guck mal wie hoch ich die schmeißen kann. Was soll ich da mit euch machen? Tadl! Ich hab die Mac-10. Im Reichstag. Ja Tadl! Ja Tadl! Ja Tadl! Ja Tadl! Ja Tadl! Ich glaub Maudado ist grad ein bisschen beschäftigt, ne? So im Traitor Menü. Ja. Mit dem Stuhl aufheben war ich beschäftigt. Ja. Ich glaub er hat einen Stuhl im Traitor Menü gekauft. Okay. Alter Maudado mit dem Stuhl weg. Neue Technik. Maudado lass den Stuhl fallen oder ich töte dich. Von Ikea. Darf ich den nehmen Dario? Lass den scheiß Stuhl fallen. Warum? Was habt ihr gemacht? Alter. Wer war das? Alter das war Tadl. Das war Tadl. Hab ich getroffen? Ja mich. Ja. Wie dreht man damit? Aber ich schieße Tadl einmal an als Strafe. Ich würd am liebsten Maudado töten. Ja. Dario. Das hast du jetzt davon. Dario. Gib mir eine Mikrowelle. Darb ich den Maudado töten. Warum? Weil ich denke dass er der Traitor ist. Ich bin nicht Traitor. Hier kriegt keiner eine Mikrowelle. Dario. Da oben chillt Zocki übrigens. Den schieße ich jetzt an. Ja. Da steht er gar nicht. Alter. Ja. Ich schieße ihn grad an. Ja warum? Ja weil er da oben steht. Ja und? Was ist für ein Grund du Bastard? Ach er hat mich jemand angeschossen. Manu war innocent und er greift erst auf ihr an. Oh wir gesessen. Weil eigentlich die Leil kann es ja nicht sein. Falls Tom Bay Traitor ist kann man der andere Traitor sagen ob er noch lebt. Wir müssen anonym abstimmen. Ich würde sagen jeder kriegt ein Fass. Alle drehen sich um. Und der Traitor darf dann ein Fass hinstellen falls Tom Bay noch nicht. Wer hat geschossen. Wer hat geschossen. Wer hat geschossen. Wer hat geschossen. Wie dumm alter. Ja. Das Gewinner Team hat gewonnen. Der von der den hinter auch noch. Das war natürlich weil Dario vorhin da oben ist. Hallo. Der war ein contraceptes. Hallo. Der war ein anderer Traitor. Der war eine Waffe scheiße. Ich bin schon wieder Detective. Du bist. Das heißt. Ich bin nur Traitor die ganze Sache. Ich hab da in die Wasser geballert. Ich aktiviere dich einfach besser. Die ganze Zeit. Das is Harry. Manu geh weg. Ich hab nicht meine Waffe. Wo sind die denn überhaupt alle? Ach da hinten. Hinter dir. Nein ich ins Wasser. auch keine ahnung, weil da vielleicht Viecher sind die dich töten aber nicht überall oh sorry, boah alter, ah, Schaden bekommen Leute, was macht die schon wieder? wir die Fester kaputt machen, was los? Leute, warum ist Tommy tot? Tommy ist tot? Ja, aber die waren doch schon alle weg, oder? Leute, was geht da? Ich mach nur die Fester kaputt Leute, kommt mal von oben sicher zu euch runter Ist irgendjemand gestoppen? Bring den Zombie gestorben War er Trater? Ich weiß es nicht Wo liegt der? Ich hab ihn nicht gefunden Wer hat Zombie gefunden? Ich glaub eben gesehen zu haben, dass Zombie irgendwie weggefetzt ist Ich hab Zombie nicht gesehen Einer hat ihn schon kontrolliert TNT-Fass oder was? Hab ich ihn getötet irgendwie? Leute, irgendwer hat sich... Ma, lass mich doch mal durch Leute, wir kommen hier wieder runter Ich will hier sicher runter Wo ist denn die Leiche? Keine Ahnung, Mann Irgendjemand hat dich schon nachgeguckt Der muss doch wissen, was er war Das ist die Fake gleich hier, ne? Deswegen muss er auch direkt, ob Zombie lebt Junge, der würde nicht Confirmed Death stehen Ja, vielleicht hast du nicht Tab gedrückt Da oben ist doch ein Fass Oder? Ist das ein Fass? Nee, ist ein Fake-Fass Boah, ich will hier nur mit dem Scheiß Ding fahren Das Stülpe Äh, warte, wo ist denn der, der Detective? Ich Nein, wo? Was willst du? Leute Ich hätt gern so ne Box Kriegst du nicht Ich bin schon die ganze Zeit im Wasser Da ist die Piranhas, stimmt Warum nicht? Warum denn nicht? Alter, wo ist Zombie? Ah, hier ist die Leiche Tombe ist rot Tombe ist hier mehr, aber hier sind auch Piranha Ah, ok Alter Hey, how man's saying Hier ist Piranhas Ah, hier ist die Lane Hallo, die Lane Das ist auch so, deswegen wollte ich mit dem Team hinterher springen Ach, da ist Zombie Ich komm hier nicht mehr raus, Leute Ja, das ist schön Wo bist du denn? Ok, ich werde dich erlösen Taddle, bleib stehen Nein! Bleib stehen Du bist Traitor Du bist Traitor Ja, komm ich wollen wir mal töten oder so Ich bin... Ich mag ihn wieder kontrollieren Hilfe! Wie komm ich jetzt hier runter? Er war Traitor, sehr gut LOL LOL Wieso ich, bitte? Ich hab noch gar nichts gemacht Wer stirbt da? Ich hör zig Explosionen Dario? Dario? Dario, bist du tot? Bleh LOL Mal, wie komm ich hier runter? Ey, hör auf auf mich zu ballern Ich bin hier die ganze Zeit oben und hab ne Shotgun in der Hand Also ich glaub, es kann nur, Manu Alter, warum... Ja, geil, jetzt fall ich hier runter Wer lebt jetzt überhaupt noch? Manu, lebst du noch? Nein Ja gut, das ist Minzi Junge Ja, Minzi ist das auf jeden Fall Manu, lebt noch Manu, lebt noch Manu, lebt noch Scheiß Wichser Man, ich bin hier voll fast gebackt, Alter Ich komm hier nicht mehr raus Kann ich mal irgendwann bitte töten oder so? Wie kann man... Hä? Okay, ich glaub, Minzi ist auch grad gestorben Oh, was ne Scheiße Ich fall die ganze Zeit rum Was geklappt hat, Alter Warte Ich schwimm unter dem Steg Leg dann C4 hin Dann schwimm ich so richtig dumm an die Ecke und sag Ich krummel nicht mehr raus Ja, aber ich hab dich getötet Und alle kommen Alle kommen und gucken mir zu, Alter Aber dann bin ich leider zu schnell gestorben und deswegen ist nur Delay abgekratzt Ja Oh, Minzi hat mich übrigens am Anfang der Runde getötet, ne? Oh Wer auch mich geschossen hat, der Arsch Die Zeit Im Moment 2 Im Moment Bis zum nächsten Mal.